Jürgen Hempleck, vierter DWM in Stuttgart in diesem Jahr. Beide zu erkennen, die Muskelhärte, also bei weitem kein glatter Muskel. Was ihm vielleicht noch fehlt, ist ein wenig mehr Muskelmasse. Also insofern wird er sich vielleicht in den nächsten Jahren schon mit ein paar Kilogramm mehr der Wahl zum Mr. Universum präsentieren. Aber er gibt noch eine kleine Zugabe.